Mein Arbeitgeber ist das Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser. Wir sind eine Einrichtung für die Betreuung älterer Menschen. In meinem Team gehen wir eigentlich sehr respektvoll miteinander um. Uns ist wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und vorantreiben. Häuser zum Leben ist für mich wichtig, weil sie Lebensqualität für ihren Bewohnern hat. Das ist für mich ein sehr wichtiges Ding. Bei meinem Arbeitgeber Häuser zum Leben schätze ich besonders die hohe Mitarbeiterorientierung, die große Flexibilität, das soziale Umfeld und dass sich wirklich alle auf Augen hin begegnen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.